Hallo, ich bin Thomas Rose, Trainer und leidenschaftlicher Elektronikbastler. Was ist das Schöne an so einem Raspberry Pi? Klar, er ist preiswert, er ist leise, weil er ja keinen Kühler braucht. Aber was ein normaler Computer nicht hat, das sind diese GPIO-Stifte hier. Damit kann man Physical Computing betreiben. Der Computer verlässt seine virtuelle Welt und interagiert ganz unmittelbar mit uns. Und genau darum geht es in diesem Training. Ich zeige Ihnen, wie Sie Sensoren an den Raspberry anschließen, um die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit zu messen, um Entfernungen per Ultraschall oder per GPS auch Ihre Geoposition zu bestimmen. Auf der anderen Seite, da schreiben wir die gemessenen Sensordaten auf ein LCD-Display. Wir steuern Funksteckdosen per Computer und auch einen Servomotor, auf dem wir zum Beispiel die Kamera aufkleben könnten. Und so haben wir eine Webcam mit dem Raspberry mit einem Blickwinkel von 180 Grad. Das ist ein Training für Fortgeschrittene. Als Voraussetzung haben Sie bereits einen Raspberry Pi zu Hause, der auch funktioniert, und Sie wissen, wie man sich mit Putty oder mit SSH mit ihm verbindet. Wenn Sie das noch nicht wissen, dann empfehle ich Ihnen, zuerst ein Einsteigertraining zu Raspberry Pi anzusehen. Und danach kommen Sie einfach wieder. Ich sage immer, der Raspberry Pi ist sowas wie Lego-Spielen für Erwachsene. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Training Schaltungen aufbauen mit dem Raspberry Pi. Ich sage Ihnen viel Spaß mit dem Training Schaltungen aufbauen 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 mit dem Training Schaltungen aufbauen. Vielen Dank.